Was are you eating? 3, 2, 1 Mach's hart, mach's hart Mach's hart Hä? Hä? Was? Na? Wieso wär's nicht hart? Weil... Kogashi das hätte... ...hinmachen müssen Oh mein Gott Ja, weil wir haben... Du stand noch auf meinem Elec-Buff Er macht's jetzt Oh, du bist mein Baby Oh, ich liebe dich Bleib hier, Baby Klar Oh, der Elec-Buff schallert Kannst du gleich taunten? Wann? Ja, wenn er auf 3, 6 oder so ist Ja, wenn wir uns nicht kriegen Ja, viermal noch Ja, mach ich Ja Ah, ich leech passiv Okay Nein, hab ich OE-Tactical drinne? Oh mein Gott Bring the ads to me Ja Stop hitting the ads Ich hab mich gepusht Ja Ich hab mich gepusht dass es zu geil werden können mit dem Elektro von Reis Egal ich koche irgendwas hier Jetzt auf mich Mario Kannst du spoten? Ja jetzt Nein 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 Achso ja, genau, siehst du ihn Was ist das dir? Conor 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 Ja wo ist das Problem? Das ist halt zahm Ja, wir haben eine Probe Baby War das ein Add Baby? Row 9 Ja, super Ja, super Wo ist unser Tank? Weiß ich auch nicht Das ist ein ganz schlechter Was für der Loser Tank? Schneide Der kriegt doch irgendwann einen Reporter Tore 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 mal ab Tore mal ab Geil Ja Ich hab Schüsse Ja, wir sind jetzt Ehm Money Mit ner Suppe Oh, tüge ich mich das mit der Away-Tag Freie Ecke, Freie Ecke, Freie Ecke Hast du was oder nicht? Ja, mir geht's flicken. Soll ich es nehmen? Ja, ich mache. Okay. Ich hätte noch mal einen Überner gezogen, vielleicht will ich ja kurz. Ja. Hast du denn jetzt noch viele? Ja, ich taue, ich taue, ich taue. Die übrigens schmecken richtig, siehst du sie auch? Ich sehe sie ja in Action, die, ne? Ich sehe sie auch. Toll was wir hier machen. Doo.. Need to pull, please? Intercede, intercede, intercede. Taunting? Wanna, launch, Kay? Just push the boss. Does not matter if it had spawnned. ich brauch nm rhetoric, baby. Was? Was? Unshield, unshield. Hab ich. Du kannst nicht mehr zuhören. Hast du was? Du? Ich kann trotzdem. Okay. Ich muss Aquidus ziehen. Ich hoffe, dass ich nicht ziehe. Ab. Ja, cool, ich will vielleicht auch. Naja. 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 Was war mit dem Bereich? Bitser, 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 Bitser! I told you I'm here, man, it's better not to know what you mean. No way. Connor! What? Nah, Korgish already have like, four wings. There's no way. Thor's getting four wings.